Der Mythos von Cleon und Bythes, die Hera belohnt auf Wunsch ihrer Mutter mit dem Größten aller Geschenke, sodass sie am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen, ist eben deshalb ein Mythos, weil es manchen Wesen, bevor es sie mit dem Wunsch des Zielen, der von den Erdenwürmern spricht, die am besten Mäphinei nicht geboren wären oder wenn doch dann möglichst früh sterben sollten, sollen können, warum ihnen nicht wenigstens das vergönnt ist, schnell zu sterben, nicht wieder aufzuwachen, sondern stattdessen stundenlange Todeskämpfe oder monatelänge Krankheit vorher zu durchleiden haben, das gehört auch zu dem Register dessen, zu begreifen, als die zentrale Frage, die darüber entscheidet, ob ein Leben ein Leben gewesen wäre, zu begreifen, welche Funktion das hat. und sie haben es zum Beispiel beinahe, Vielen Dank.